Hallo, Servus, HWDR, mein mehr oder weniger zweites Video mit dieser Kamera, ihr habt das vielleicht schon gesehen auf dem Gentleman's Kanal, hier ist es ein bisschen mehr randommäßig, das habt ihr vielleicht schon gesehen bei meinem letzten Video, warum ihr wahrscheinlich alle hier seid, außer die 200 Stück, 200 Leute, 200 Stück, die was schon vorabonniert haben. Ja, ihr wisst vielleicht, es ist sehr seltsam für mich, so irgendwie so mit einer Kamera zu arbeiten, weil ich es noch nie wirklich gemacht habe, aber ich versuche mich da irgendwie so reinzufuchsen, mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen seid mir auch nicht so böse, wenn ich manchmal nicht in die Linse schaue oder irgendwie was anderes falsch mache oder so in Richtung, aber mal schauen, wie es wird. Ich bin ja jetzt eigentlich nur hier, jetzt auf eurem Bildschirm, weil ich euch sagen will, was es hier auf dem Kanal kommt. Wahrscheinlich wisst ihr es eh schon, aber ich erkläre es euch trotzdem nochmal wegen den Förmlichkeiten. Ja, wie gesagt, ein paar random Shit über Plants Zombies, kurze Clips oder einfach so. Demnächst kommt ein Pilz, ein Pilz, ein Video über den Angst, da sind Pilze, das ist glaube ich ganz lustig, so ein kleiner Test, der was schon interessant ist, finde ich, aber irgendwie zu klein und zu unspektakulär für den Hauptkanal. Oder vielleicht kommen noch manchmal so Best-ofs, so wir haben letztens mal Gartenkommando Verrückt gespielt, vielleicht lade ich da ein bisschen was hoch. Vielleicht kommen noch mal demnächst neue Spiele, da weiß ich noch nicht genau, ich wüsste nicht was für Spiele, ich spiele im Moment nicht viel, nur Landwirtschafts-Emulator 17, aber auch nicht so viel. Ja, Garnoffer 2 und eigentlich sonst nicht wirklich was Neues oder Spiele. Ich habe jetzt drei neue Spiele bestellt, so Batman, Titanfall 2 und ReCore. Alle Spiele, die was jetzt nicht so besonders ist, sind irgendwie zum Herzeigen, finde ich persönlich. Mal schauen, vielleicht fällt mir da irgendwas ein. Und eben so Real-Life-Shit wie jetzt. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt, wie das hier ankommt und so weiter, aber irgendwie macht das schon Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich mach mal so, mach mal, mach mal, mach mal so mal ganz YouTube-mäßig. Ich seh jetzt da, warte mal, da so, da so oben irgendwo, seht ihr so eine Abstimmung. Ich weiß nicht, was ich da reinschreibe, aber klickt mal da rauf und stimmt ab, das ist so lustig hier. Nein, keine Ahnung. Doch, stimmt mal da wirklich ab. Ich hab keine Ahnung, als ich da jetzt da reinschreibe, aber vielleicht ist da irgendwas Lustiges dabei. Und ja, manchmal so, 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 so scheiße hier jetzt einfach so labern irgendwie. Vielleicht hab ich noch mal ein Thema dabei und dann frage ich euch über dieses und jenes Thema irgendwas ab oder so. Oder erzähle ich irgendwas Neues. Also ganz langweilig ist mein Leben auch wieder nicht, aber vielleicht, vielleicht passiert mir ja hin und wieder was und da kann ich was erzählen. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden auf dem Kanal hier. Ich glaub schon. Mal schauen, wie ich mich hier mit dem ganzen Technik-Zeug hier tue. Und meine Haare sind schrecklich. Derzeit zumindest. Ja, das war's schon mit dem kurzen Erklärungsvideo, was hier kommt. Gut, bis dann. Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr abonniert. Und folgt mir Facebook, Twitter und Instagram. So gehört sich das für einen guten YouTuber. Passt. Ciao.